Wir werden eingezählt. So lange wird es ja. Einen schönen Nachmittag Ihnen hier im Vortragshal C auf der Bestmesse Wien. Es ist der erste Messetag und wir freuen uns, dass Sie diesen schon nützen, denn das Angebot ist riesig. Alles unter einem Dach gibt es hier in Bezug auf Beruf, Studium, Lehre, Weiterbildung. Alles Mögliche finden Sie hier tatsächlich super aufbereitet. Gehen Sie Fragen, Fragen, Fragen. Und wenn Sie heute hier waren und so das Gefühl haben, das war noch viel zu wenig, kommen Sie, denn bis Sonntag haben Sie Gelegenheit. Es ist kostenlos, dieses Angebot, wie gesagt, von 9 bis 18 Uhr. Und am Sonntag hat die Messe dann von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Jetzt machen wir aber weiter mit einem wichtigen Thema. Und zu Gast haben wir von der ÖH-Bundesvertretung Sanel Omerowitsch. Und Sie werden uns jetzt informieren, denn das kommt immer öfter, dass Unis Joint und Double Degrees anbieten. Und zwar im Masterstudium oder möglicherweise gibt es das auch im Bachelor. Ich lasse mich überraschen. Auf alle Fälle, Sie sind der perfekte Mann für dieses Thema. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie da sind und haben Sie eine gute Zeit bei uns. Und wir freuen uns jetzt, dass Sie uns informieren über dieses Thema. Dankeschön. Gut, Dankeschön für eine nette Anmoderation auch. Mein Name ist Sanel Omerowitsch. Ich bin einer der lieben Personen, was der Kollege schon gesagt hat, aus dem Referat für Bildung und Politik. Das heißt, wenn es wirklich brennt, studienrechtlich, kommt Sie zu uns auf die ÖH-Dienstesreferat für Bildung und Politik oder Bildungspolitik. Heute habe ich die Ehre, also schönen Nachmittag auf jeden Fall jetzt schon mal, heute habe ich die Ehre, euch da das Joint Degree und Double Degree. Das hört sich richtig, richtig cool an, weil es ja auf Englisch ist. Es ist auch richtig, richtig cool, dass ich euch da ein bisschen einen Einblick gebe. Das Wichtigste, was ihr jetzt eigentlich mitnehmen sollt, ist eigentlich der letzte Satz, was da draufsteht, die ÖH hilft ihr weiter. Also da gibt es sehr, sehr viele gesetzliche Bestimmungen und so weiter für Double- und Master Degrees. Und dort braucht man auf jeden Fall Hilfe, wenn man das zum ersten Mal wirklich macht. Um vielleicht einen kleinen Überblick zu bekommen, die Entwicklung. 84 Prozent aller Hochschulen, zum Beispiel in Österreich, haben bereits so ein Programm auf ihrer Hochschule. etabliert. Das Spektrum ist ziemlich breit, also es geht wirklich in allen Bereichen hinein. Und meistens ist es sehr, sehr spezialisiert. Der größte Schwerpunkt, also es war der Beginn in den 90er Jahren. Und es hat damals begonnen mit diesen Auslandssemestern quasi. Das, was jetzt momentan euch bekannt ist, unter dem Erasmus oder Erasmus Plus Programm. Dort hat man dann versucht, mal mit externen Partnern, das könnt ihr euch dann vorstellen, am Anfang ist es immer schwer, eine Vertrauensbasis aufzubauen, für so ein großes Programm. Und dann hat man versucht, einfach was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Und das hat damals gestartet, in den 90er Jahren in Europa. Und da war damals Österreich, nein, Österreich war ziemlich weit hinten. Deutschland war einer der Vorreiter, die das wirklich entwickelt haben. Genau. Beliebte Länder, wo es sowas gibt. Kongs, die erklärt euch sicher noch im Anschluss. Also wo es sowas gibt und welche Länder dabei bevorzugt forciert werden, ist Frankreich, China, Deutschland, Spanien und die USA. Also man sieht, dass wirklich schon Tendenzen innen hingehen. Das sind auch diese Wirtschaftsmächte eigentlich, wenn man über die letzten zehn Jahre hinweg schaut. Genau. Und die beliebtesten Studien sind Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwissenschaften. Also es gibt auch, wie vorher schon erwähnt, sehr, sehr viele Spezialisierungen. Ich habe heute ein Beispiel noch mitgenommen. Das ist eines der beliebtesten Joint Degrees in Österreich mit circa 300 bis 400 Studierenden. Und es fällt auch in die Kategorie Wirtschaftswissenschaften, Nachhaltigkeit in diesem Bereich. Aber die Hochschulen legen verstärkt den Fokus auf diese zwei Fachgebiete. Das könnt ihr euch da auch rauslesen. Natürlich, wenn man sagt Wirtschaftswissenschaften, das ist eines der bei, eigentlich haben wir da die meisten Studierenden in Österreich, die eigentlich BWL, VWL in dieser Richtung tendieren, studieren. Natürlich gibt es auch andere Studienrichtungen und Ingenieurwissenschaften. Da nehmen wir natürlich die technischen Universitäten mit hinein. Für die ist das dann auch interessant. Gut, zu den Begriffen. Zu den coolen Begriffen, sagen wir mal so. Es gibt Joint Degree, Double Degree und Multiple Degree. Im Grunde ist nicht viel Unterschied. Es heißt einfach, a Joint Degree ist, da arbeiten zwei Hochschulen mit internationalem Charakter gemeinsam an einem Studienplan. Das ist das Joint Degree. Da schließt man aber mit einem Diplom ab. Dann haben wir das Double Degree. Das sind wieder zwei Hochschulen internationalen Charakter. Man kann aber mit zwei Abschlüssen abschließen. Das heißt, je nachdem, wie sich die Universitäten untereinander das ausmachen, bekommt man zwei Diplome. Ein internationales zum Beispiel aus Deutschland und eins aus Österreich, wenn diese zwei Universitäten beteiligt sind. Entschuldigung. Und das Multiple Degree könnt ihr natürlich eigenständig dann auch ableiten. Das sind einfach mehrere Hochschulen und man kriegt mehrere Diplome. Und ich glaube, eins ist auch bekannt, das ist an Donau-Uni Krems. Da gibt es, glaube ich, eins mit fünf Hochschulen. Da kriegt man fünf Diploma quasi. Ist auch relativ interessant und hat natürlich einen internationalen Charakter und einen großen Stellenwert, wie noch auf dem Arbeitsmarkt, wenn man sich denkt, dass man so ein Studium im internationalen Charakter abgeschlossen hat. Gut. Genau. Und das ist eigentlich das Beispiel, was ich heute mitgenommen habe. Das ist sehr, sehr beliebt in Österreich. Das ist das Masterstudium Sustainable Development. Also da geht es um das Thema Nachhaltigkeit, ein Zukunftsthema im Grunde, auch um Umwelt. Und das wird stark forciert von BWL-Studierenden und jetzt durch den Umweltsystemwissenschaftenschwerpunkt in Österreich auch durch diese Studierende. Um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, wie eigentlich so ein Studium aufgebaut ist, habe ich es ein bisschen aufgesplittet. Also das Studium ist angesiedelt an der Universität Graz. Also die haben das damals etabliert und gemeinsam in Kooperation, ich weiß nicht, wo man es da in den letzten Reihen auch lesen kann, die Universität Utrecht, die Universität Graz quasi, dann die Universität Venedig, Leipzig und zusätzlich als Partneruniversitäten können noch gewählt werden in Basel, Hiroshima, Stellenbosch und There. Also There ist in Indien, Stellenbosch in Südafrika, Hiroshima ist eh klar und Basel ist in der Schweiz. Also es arbeiten insgesamt acht Hochschulen gemeinsam an Studienplan. Wie das dann in der Realität ausschaut, das ist jetzt da in der Folie, also das Masterstudio ist in vier Semester gegliedert, hoffentlich vier Semester, man kann ja immer eine Studienzeitverzögerung haben, wie wir von Kollegen schon vorher gehört haben. also zwei plus eins plus eins. Das heißt, man absolviert 120 GZDs im Masterstudium, 60 davon müssen auf der Hauptuniversität absolviert werden und jeweils zweimal 30 dürfen an einer Partneruniversität absolviert werden. Und dadurch hat man dann seinen Abschluss im Master. Da kriegt man den Abschluss Joint Degree, das heißt, man kriegt nur einen Titel. Das haben sich die Universitäten so ausgemacht und das ist auch sehr wichtig, weil es gibt immer Kooperationsvereinbarungen zwischen Universitäten. Vorher haben wir gehört von Facheinschlägigkeit und gewissen Fristen und so weiter, die werden dort definiert in diesen Kooperationsverträgen. Das heißt, es gibt keine festgesetzten Fristen für alle Universitäten. Und dort erkennt man schon das erste Problem eigentlich an dem Ganzen. Die Universitäten müssen sich einigen bei so einem Studium. Also da muss zuerst einmal großes Vertrauen herrschen und da seht man ja auch die Entwicklung aus den letzten Jahren, wohin das wirklich gegangen ist. Also es seht man da, also 60 plus 30 plus 30 und das kann man dann im Ausland verbringen. Und das ist eigentlich das zweitgrößte Problem, das sind meistens die Kosten, die entstehen. Wir wissen es, da in Österreich zahlen wir keine Studiengebühren momentan noch. Wir zahlen nur den ÖH-Beitrag, das sind die 18,70 Euro. Das heißt, wenn wir in einer Universität inskribieren, zum Beispiel in der Universität Graz, müssen wir 18,70 Euro zahlen. Jetzt ausgeschlossen jetzt EWR, Drittstaatenstudierende, die natürlich doppelt das Studiengebühren zahlen müssen. Diese Regulation gilt trotzdem. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel denkt, ich starte jetzt mein Studium, mein Joint Degree an der Universität Leipzig, muss ich jetzt 600 Euro pro Semester zahlen. Oder ihr entscheidet mich zum Beispiel, dass ich in Utrecht, ich bin ausländischer Studierender, möchte in Utrecht ein Semester verbringen und meine 30 ECTs dort absolvieren, dann müsste ich als Nicht-EU-Studierender 19.000 Euro pro Jahr zahlen. Also das Sektor ist ein großes Problem, weil im Ausland ist es meistens nicht so schön zu studieren wie in Österreich von den Kosten her. Ja, und nur zu ergänzend, das Ganze zu kompetieren, an der Universität Therien in Indien zahlt man 1.200 Euro. Genau. Und jetzt fragt man sich natürlich, wenn das so viel kostet, warum gehen da 400 Leute in das Studium hinein, wollen das unbedingt machen. Man denkt, 20.000 Euro, wenn man die Summen hört, denkt man, sie studieren dann auch, wenn ich es schaffe, meine 20 Euro zusammenhängen zu hängen, dann ist das auch schon super. Oder die 18,70 Euro für einen H-Beitrag. Also die Hochschulen forcieren natürlich die Erweiterung des Lehrangebots. Sie wollen ihre Forschungskooperationen stärken, Förderung von Internationalisierungsstrategien und natürlich, sie wollen ihre eigene Reputation auch aufbessern in den Universitäten. Weil wenn du mit einer Universität aus England zusammenarbeitest, das kleine Universität in Österreich, dann ist das natürlich im internationalen Vergleich sehr, sehr gut und man steht sehr, sehr gut da. Die Herausforderungen, vor denen die Universitäten stehen, sind die Sicherung der Finanzierung und die Nachhaltigkeit. Also das heißt, müssen sich Personen ständig darum kümmern. Sie können sich auch vorstellen, die Kooperationsvereinbarung, es ändert sich ja ständig die Situationen auf den Hochschulen und dadurch kommt es dann zu neuen Problemen, die dann neu ausverhandelt werden müssen. Aus Studierendensicht, warum sollte man das so etwas machen? Es ist sicher wissenschaftliche und eine kulturelle Erfahrung. Wenn man was im Ausland macht, man nimmt sehr, sehr viel mit. Die Jobchancen erhöhen sich natürlich auf einem globalen Arbeitsmarkt. Man kann mit sehr, sehr vielen Sprachen in sehr, sehr vielen Ländern eigentlich arbeiten. Und natürlich, man behandelt auch internationale Themen. Wenn man sich vorstellt, Nachhaltigkeit in Österreich hat einen anderen Stellenwert wie Nachhaltigkeit in Deutschland oder Nachhaltigkeit in Indien oder in Südafrika. Natürlich, man erweitert seinen Horizont, seinen persönlichen auch. Wie schon gesagt, der internationale Abschluss, der ist sehr, sehr viel Wert am Arbeitsmarkt. Man hat internationale Vortragende auch, Fremdsprachen und so weiter, als Keyword. Und was auch gut ist, wenn man Joint Degree macht, wir haben zum Kollegen vorher Fachentschlägigkeit gehört, Anerkennungen von Leistungen und so weiter. Da ist im Vorfeld schon mit den einzelnen Hochschulen vereinbart, welche Prüfungen wo gemacht werden müssen. Und dort ist auch definiert, ob man alle Lehrveranstaltungen in allen Universitäten besuchen kann oder nur die 30 ECTs. Also, die haben das schon alles in die Kooperationsvereinbarung hineingeschrieben und dort könnt ihr dann wirklich nachlesen, okay, dieses Fach wird dort für das anerkannt und so stelle ich mir mein Studium vor. Gut, die Herausforderungen, zwei Punkte haben wir eh schon angesprochen, für die Zukunft, sind natürlich die Kostenbeiträge. Aber lasst euch auch nicht abschrecken, weil ich vorher die große Summe genannt habe. Es gibt Förderungsmechanismen, das heißt, alle Förderungsmechanismen, die für Erasmus gelten, gelten auch für die Joint Degree Programme. Das heißt, es gibt Stipendien und teilweise gibt es Förderungen von 50% für die Studiengebühren im Ausland auch. Also, das hängt alles von der Kooperationsvereinbarung ab, die die Universitäten miteinander abgeschlossen haben. Ja, und das größte Problem ist eigentlich die, die größte Herausforderung, wir dürfen das nicht Problem nennen, das ist eine Herausforderung, das sind die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen. Das heißt, an einer Hochschule ändert sich jetzt auf einmal irgendwas, weil diese politische Situation in diesem Land verändert hat. Dadurch ändert sich in der Kooperationsvereinbarung natürlich auch das Gesetz. So kann es passieren, dass man zum Beispiel auf einmal aus dem Studium rausfliegt. Und da sind die Universitäten halt angehalten, da ständig in Kontakt zu treten und diese Vertrauensbasis halt auch aufzubauen, im Sinne der Studierenden auch. Wenn man sich denkt, ich zahle jetzt 600 Euro pro Semester, da sollen die Universitäten doch das hinbekommen, dass sie dort gemeinsam miteinander reden. Ja, und auch ein großes Problem ist die Zulassung auch zu diesem Studium. Also, die Zulassung Hand in Hand mit dem Aufnahmeverfahren. Es kann sein, dass man zum Beispiel ein Joint Degree auf fünf verschiedenen Hochschulen macht. Man kann natürlich auf jeder Hochschule das Joint Degree Studium beginnen, aber es könnten unterschiedliche Zulassungsvoraussetzungen gelten. Zum Beispiel ist in Deutschland das Studium beschränkt auf 50 Teilnehmern. In Österreich sagt man, naja, lasse ich jeden zu, weil die Nachfrage eh nicht so groß ist. Also, das müsste man sich dann auch genau anschauen. Und da haben die Universitäten auch noch keine einheitliche Lösung gefunden. Genau, und die Beratungsstellen, wo ihr euch wirklich die wichtigsten Informationen zu diesen Studien raussuchen könnt, auf den Hochschulen ist meistens die internationale Abteilung oder, wie es auf den Universitäten heißt, das Büro für internationale Beziehungen in dieser Richtung. Und dort kriegt ihr meistens alle Informationen zum Studium, zu Förderungen, zu Stipendien. Und es ist relativ schwer, grob und global zu sagen, es ist so, sondern jede Kooperation hat seine Eigenheiten. Und das ist sehr, sehr wichtig und das muss man sich dann genau anschauen. Ja, und sonst kriegt es, wie der Kollege auch schon vorher gesagt hat, bei unseren Beratungsstellen die nötigen Informationen, also die Studien- und Maturantinnenberatung, die bei uns auf der ÖH-Bundesvertretung angesiedelt ist, oder wir sind eigentlich die ganze Best auf da beim Stand A01. Das ist glaube ich da rechts vorne. Wenn man da hingeht und möchte die Informationen, ich bin auch noch da, die paar Minuten da und dann drüben beim Stand, wenn es konkrete Fragen zu Double oder Joint Degree gibt. Sonst kann ich nur Danke sagen, dass es auch sitzen geblieben ist, hat es noch und zugehört hat. Ich hoffe, es ist rübergekommen, dass das doch sehr cool ist, diese Studie. Danke. Dankeschön, Sanel Omerowitsch. Dankeschön von der österreichischen Hochschülerinnenschaft. Bundesvertretung, gell? Wunderbar. Eben, wie gesagt, wenn Sie direkt möchten, der Sanel nimmt sich Zeit, jetzt noch hier bei uns ein bisschen abseits von der Bühne, denn wir bauen schon wieder auf für unseren nächsten Punkt. Danke vielmals. Jetzt geht es um die Frage richtig studieren. Wo will ich hin und wie komme ich da hin? Und ganz wichtig, auch die Bestmesse hier in Wien, wie auch übrigens alle Bestmessen in Österreich, ist barrierefrei zugänglich. Das heißt, für jeder Mann und jede Frau mit Beeinträchtigungen kann man dieses Bildungsangebot und dieses Programm, das es hier unter einem Dach gibt, sich trotzdem anschauen. Und deswegen haben wir heute zum ersten Mal, und darüber freuen wir uns dann sehr, unsere simultan-Gebärdensprach-Dolmetscherin, Daniel, nicht an jeder Zeller, sondern Sabine Zeller zu Gast. Freuen wir uns sehr und jetzt dürfen wir Sanne aber verabschieden, dass wir kurz herrichten für das nächste Thema. Danke sehr.